Hallo mein Lieben und herzlich Willkommen. Jetzt wieder euer Heinz mit einer neuen Folge Portal of Evil, die gestohlenen Siegel. Ja, wir sind ja noch im Bonus-Kapitel. Was heißt noch? Schon? Ja, und da müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Ich habe ja noch eine ganze Weile nicht gespielt. Normalerweise müsste man solche Spielchen ja hintereinander wegmachen. Aber da qualmt einen ja dann irgendwann die Birne, nicht? Und wenn man den Denkkasten so strapaziert ist, vielleicht auch nicht. Gut, das nutzt sich alles ab. Ja, dann müssen wir mal kurz gucken, wo wir eigentlich hin müssen, was wir noch machen müssen. Hier, wir gucken mal in, wenn da, was haben wir denn hier im Brecheisen? Ein Sandwich, oh, wen brauchen wir ein Sandwich? Ein leerer Sack, eine Leiter. Eine Leiter, wir gucken mal in, die Karte, gucken wir mal. Oh, was haben wir denn hier? Oh Gott, jetzt kribbelt es im Hals. Ich habe ja noch ein bisschen Kaffee, hier habe ich noch. Ah, muss ich mir da nochmal neu holen. Ja, wir haben ja hier noch ein paar Sachen, oder? Haben wir das schon alles gemacht? Ja, das weiß ich gar nicht, ja. Hm. Ja, wir machen mal, wir gucken mal, wir in den Weinkeller. Was müssen wir denn in den Wein, im Ort mit unerledigten Aufgaben? Da gehen wir mal in den Weinkeller. Ah, warte mal, das Sandwich brauchen wir bestimmt hier. Was haben wir denn hier jetzt? Der Hund lässt sich nicht näher an das Fass heran. Aha, das sieht wie Schießpulver aus und können auch nützlich werden. Hm, was könnte ich da hineingießen? So hineingießen? Ich habe ja hier einen Sack. Aha. Ah, Schießpulver, ah ja. So, jetzt haben wir das Schießpulver. Und dem Hund, da können wir besümmten Sandwich, oder? Oh, 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 oh. Mhm. Und lässt er mich nur ans Fass heran. Ah ja. So. Oh, wir haben eine Schaufel. Ich muss auf bestimmte Gruppierungen drücken, weiß jedoch nicht auf welche. Oh Gott. Aha. Mhm. So, weiß noch nicht auf welche. Also müssen wir jetzt schon wieder was suchen. Das ist immer schlimm in den Spielen. Was zu suchen. So, da müssen wir jetzt wieder in den Keller zurück. Aha. Nicht da. So, in den Keller. Wir hatten da was mit Schießpulver. Was war denn hier noch? Ach, hier brauchen wir eine Schaufel. Warte mal, das scheint etwas verdeckt zu sein. Jetzt brauchen wir hier die Schaufel. So, was ist denn hier versteckt? Nicht nur ist hier versteckt. Und? Aha. Ich muss mir diese Positionen einprägen. Oh Gott, oh Gott, ob ich mir das merken kann. Da links alle vier. Und rechts die Operen zweier und unten. So. Links alle vier. Dann die und dann die und die. Oh, richtig gemerkt, du. Mensch, ich hab mir was richtig gemerkt. Jetzt geht das Fässle auf, du. Jetzt geht das Fässle auf. Da gucken wir dort gleich mal, ne? Solange der Wauwau noch warf ist. Oh Gott, was ist denn hier jetzt? Jetzt haut der Professor ab, du. Jetzt haut der Professor ab, hier. Kabel kaputt. Was haben wir hier jetzt? Der Verräter ist geflogen, du. Ach nee, das war nicht der Professor, du. Ich hätte Gordon fast erreicht, doch er konnte davon segeln. Hier ist noch ein anderes Boot. Ich sollte es funktionsfähig machen. Ich muss mich beeilen. Oh je. Wenn ich das Boot aufblase, kann ich es zu Gordon ausschließen. Was haben wir hier? Wir haben erst mal eine Greifzange. Was haben wir hier noch? Unter dem Sack liegt etwas, was wie ein Handschuh ist. Doch der Sack ist zu schwer, um ihn zu bewegen. Reicht mit dem Brecheisen? Ach, das kann ich nie benutzen. Das hier. Nein. Die Kneifzange haben wir mit der Kneifzange. Nein, können wir auch nicht machen. Ach, Menschenskinder. Das ist aber furchtbar hier. Was haben wir hier jetzt noch? Der Kiste war... Zerbrechen. Da haben wir jetzt die Kneifzange. Nein, das geht nicht. Da haben wir hier noch das Brecheisen. Ah, das geht. Gut. Was haben wir hier? Augenkanister, Benzin und... Ach, das war's. Hm. Nicht das Boot aufblasen. Dann haben wir ja hier noch. Gummihandschuh, Drähte lieber nicht berühren. Hm. Gummihandschuh, wie kriegen wir uns den Handschuh da raus? Gib uns mal einen Tipp hier. Gib uns mal einen Tipp. Na, da waren wir ja gerade. Ach, hier haben wir noch einen Sack. Aha. Äh. Tja, jetzt haben wir einen Sack. Wofür wir den denn nun wieder brauchen, Benzin? Was ist die Schnur? Wir können ja hier nichts verwenden. Nee. Ist ja furchtbar. Gucken wir mal auf die Karte. Ach, jetzt müssen wir mal anders sehen. Was haben wir denn hier noch? Der runde Saal und nochmal das Labor. Ja, da gehen wir mal einen runden Saal gucken. Doch daran fährt der Krone sofort wieder hoch. Ah, warte mal. Da machen wir vielleicht den Sack für den Kronleuchter. Hm. So. Oh, was haben wir denn hier? Ein Messer. Damit können wir vielleicht, können wir vielleicht da den anderen Sack aufschneiden, damit wir den Handschuh rausbekommen. Oder mal gucken auf die Karte. Oh, was haben wir denn hier jetzt wieder? In die Krotte? Oh Gott, was müssen wir denn noch? Was haben wir denn hier jetzt noch? Wir gehen nochmal ins Labor. Ins Labor. So. Was hat man jetzt im Labor? Eine Schnur, ein Messer, Benzin, eine Greifzange. Wozu braucht man bitte jetzt eine Greif? Jetzt brauchst du mal einen Tipp hier. Ach, hier. Ah, ja. Ja. Jetzt haben wir es abgeschreckt, du. Weil ich hätte es etwas angucken müssen. Der Schraubenschlüssel. Wozu brauchen wir jetzt einen Schraubenschlüssel? So. Da müsste man hier alles erledigt haben. Grün, aktueller Standort. So, da gehen wir jetzt mal in die Krotte. Das ist ein Hin und Her hier immer. Und ein Her und ein Hin. So, jetzt sind wir in der Krotte. Mit dem Messer können wir vielleicht den Sack aufschneiden, damit der leichter wird. Sehr schön. Jetzt können wir den wegnehmen. Jetzt haben wir den Gummihandschuh. So. Nun können wir ja mal hier noch Gummihandschuh. Zack. Und zack. So. Ach, du liebe Güte. Verbinde die Drähte anhand ihrer Farben. Grün-Weiß mit Grün-Weiß. Grün mit Grün. So. Dann haben wir hier das müsste mit dem. Das mit dem. So. Dann haben wir hier. Oh Gott, welches ist denn jetzt? Wir probieren mal das. Mit dem. Ah ja. Dann wird das mit dem hier. Dann haben wir noch das da mit. Und wo haben wir noch? Damit? Ah ja. So. Ach, hier haben wir noch gelb. Oh Gott, wo sitzt denn das? Ah, da sitzt der hier dahinter. So. Aha. Jetzt haben wir da Licht. Jetzt ist uns ein Licht aufgegangen. Jetzt können wir also auch dahinter schlumpern. Da müssen wir bestimmt wieder Sachen finden, die wir nicht finden. Wo wir nicht hinkommen. Aber hier haben wir nicht Ruhe. Ich brauche einen Schlüssel. Vielleicht einen Schraubenschlüssel? Nein, das kann ich ja nicht benutzen. Na sowas. Ich brauche einen Schlüssel. Was haben wir denn hier? Aha. Gut. Aha. Das ist zu schwer. Dann brauchen wir vielleicht das hier. Nee. Ich denke nicht nur eine Leiter. Nee, eine Leiter nützt uns nicht. Den Schraubenschlüssel nützt uns auch nichts. Nee. Hinter nicht anheben, es ist zu schwer. Dafür haben wir hier den Kran. Was ist denn hier jetzt noch? Was ist denn das? Haben wir denn mal einen Schraubenschlüssel? Schraubenschlüssel? Weißt du noch nicht, für was wir das jetzt machen? Aber wir machen erst mal hier. Ach, ich habe einen Motor. Ach so, ja. So, ich habe einen Motor. Da brauchen wir einen Reifen noch. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Da brauchen wir einen Schlüssel. Hier haben wir noch einen Rotor. Oh, hier ist noch ein Schrank. Oh, was haben wir denn hier noch? Was kriegen wir denn hier? Ach, verschiebe die Objekte in dem Regal, um den Schlüssel zu finden. Ach so, ich muss schrücken. Oh Gott. Schlüssel, haben wir schon gefunden. So, jetzt kommen wir in die Truhe, oder? Weil jetzt haben wir hier den Schlüssel. Dann wird er tun. So, was haben wir jetzt in der Truhe? Ach, jetzt müssen wir wieder noch zu nutzen. Oh nee, jetzt müssen wir ja wieder. Jetzt musst du erst mal einen Schluck Kaffee trinken, Leute. Jetzt wird es wieder rätselhaft. Ja, alles rätselhaft. Ohne mal, die Telefon, die Wählscheibe gehört zum Telefon. Für alle, die altmodisch sind. Die Neumodschen hier mit eurem Handy, das wisst ihr gar nicht. So, das ist eine Klingel, die gehört bestimmt zum Wecker. So, eine Gartenscherenhälfte. Wo ist hier eine Gartenschere zu finden? Haben wir hier noch irgendwo was wieder reingeht? Nee. So, was haben wir noch? Was ist denn das? Ein Propeller? Gehört vielleicht ans Schiff? Nein. Dann müssen wir gucken hier ans Flugzeug. So, was haben wir hier? Ein Segel gehört ans Schiff. So, war eben ein Segelschiff. So, was haben wir hier? Ein Pumpengriff. Nee, das war eine Bohrmaschine. Ein Pumpengriff. Hier. Ah. So, was haben wir hier? Eine Münze. So eine Münze, die könnte überall und nirgends hingehören. Das ist schavierig. Schavierig. So, was haben wir hier jetzt noch? Eine Kralle, die kriegt hier unter Krebs. So. Eine Eichel. Oh Gott, wo soll denn eine Eichel hingehen? Ach hier, halt. Ich sehe es hier. Eine Mutter. Eine Mutter. Bei wem ist hier eine Schraube locker? Alter, wer hat hier eine Schraube locker? Ah, da liegt die Schraube. Seht ihr es? So, jetzt müssen wir wissen, wo die Gartenscherenhälfte. Wo ist die Gartenschere? Hm. Ach hier. Zack. Ja, aber die Münze. Wo soll denn die Münze hinkommen? Ach hier, ins Portemonnaie natürlich. Mensch. Was haben wir jetzt gekriegt? Eine Pumpe. Ah, da kann man bestimmt jetzt das Boot aufpumpen. Aber wir kriegen den Deckel noch nicht hoch. Wir haben hier noch immer nichts. Es ist zu schwer. Was haben wir hier gekriegt? Motor. Ne, das ist bestimmt alles fürs Boot. Wir gehen mal zurück zum Boot. Mal gucken, ob wir jetzt was... Und dann haben wir hier einen Motor haben wir hier. So. Zack. Und Benzin haben wir bestimmt. Was, ich kann diese Objekte nicht benutzen? Ach hier, halt. Was brauchen wir vielleicht noch? Ah, zum Zuh. Der Tank ist leer. Ach so, jetzt können wir bestimmt... Hä? Na ja. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Jetzt ist der Tank leer. Hä? Was müssen wir mal so und so? Hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir haben doch hier... Ach so, ich muss erst aufmachen, Mensch. Und jetzt? Meine Güte, das hätten wir ja gleich haben. Nein. Ach, meine Güte. So. Du musst bestimmt wieder zumachen, oder? Ach, zumachen musst du nicht wieder. Aber jetzt kommen wir noch nicht fort. Jetzt läuft das Boot. Oh ja. Oh ja, jetzt kommen wir hinterher. Du, ach du liebe Güte. Jetzt kommen wir... Oh Gott, jetzt flitzen wir hier los. Kannst du noch mal einen Kaffee trinken? Der ist eh schon wieder kalt. Jetzt flitzen wir los. Und wir haben ja noch gar nicht alles geöffnet. Haben wir doch noch gar nicht. Auf eine Insel geflohen. Dann müssen wir gleich mal ins Buch gucken. Insel, ich lag weiter hinter Gordon. Äh, nee, ich lag weit hinter Gordon. Doch ich konnte sehen, in welche Richtung er segelte. Er ging an einer Insel an Land und eilte zu einem Gebäude auf einem Hügel. Ihm scheint niemand außer mir zu folgen. Was für eine Insel ist das und was ist hier versteckt? Das ist wahrscheinlich Gordens Schlupfwinkel. Ich muss ihn schnellstmöglich erreichen, um ihn da zu bringen, zu gestehen, was er mit meinem Großvater getan hat. Ich hoffe weiter, dass er am Leben ist. Da sind wir mal gespannt. Du, sind wunderbar. So. Was müssen wir denn hier wieder alles machen? Hier gibt es wieder was zu untersuchen. Einen kleinen Schlüssel haben wir schon mal gefunden. So. Was gibt es hier jetzt noch? Einen Krokodil. Aha. Wozu man das ja immer braucht. So, was ist jetzt hier noch? Ah, hier brauchen wir bestimmt den kleinen Schlüssel. Ein Feuerzeug. Ach, das war es schon. Aha. Mhm. Oh, hier können wir auch ins Schiff gehen. Ach du liebe Güte, was denn hier noch alles zu gucken ist? Oh Gott. Mhm. Ich brauche etwas, um das Netz zu zerschneiden. Nee, mit dem Krokodil geht es nicht. Jetzt brauchen wir schon wieder ein Messer oder irgend so was. Ist ja forschbar. So, was haben wir denn hier? Was ist denn das jetzt wieder? Das Känguru fehlt. Ach so, jetzt haben wir hier das Krokodil. Kamel fehlt. Ach du liebe Güte. Kamele laufen da genug draußen herum. Wenn ich mal wieder frech bin. Ah. Hier können wir auch noch etwas untersuchen. Was müssen wir hier machen? Ich kann das Brett per Hand nicht zerbrechen. Benötige ein Werkzeug. Na was auch sonst. Was haben wir denn hier? Schießpulver. Hm. Oh, was ist denn hier wieder? Ich brauche das Anker-Symbol. Oh Leute. Mensch, hier geht ja gar nicht. Was ist denn das jetzt? Eine Flasche. Wofür wir die auch immer brauchen? Eine Flasche. Hier fehlt mir ja was. Hier können wir zurück. Hier können wir zurück. Hm. Ist ja alles ein bisschen rätselhaft. Also hier können wir erst mal nichts machen, weil wir brauchen hier noch Dinge. Wir gucken mal auf die Krokodil. Ins Geschäft. Aha. Vor dem Turm. Der Hubschrauber. Was ist denn, was hier alles gibt hier? Was ist denn, was hier alles gibt? Hm. Gehen wir mal zurück hier. Was ist hier vor dem Turm? Was ist denn, was ist denn, was ist denn hier ein Geschäft? Was soll denn hier ein Geschäft sein? Na ja, meine Lieben, ich würde sagen, das klären wir vielleicht in der nächsten Folge. Wir gehen da einfach mal den Berg ruf. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Was wir da so haben. Ja, meine Lieben. Da machen wir hier. Menü. Menü. Ja. Würde ich sagen, machen wir erst mal einen Schnitt. Wieder mal kurz und klackig, die Folge. Ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich freue mich wie immer, nette, konstruktive Kommentare. Däumchen nach oben. Den einen oder anderen Abonnenten. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann macht die Glocke an. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz. Was soll jetzt nochmal aus Mal.